2 1 los und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge fort night dabei natürlich die üblichen verdächtigen andre hallo gifty und kartoffelbackel pascal auf nach spandau spandau und bandau das ist spandau steve es gibt übrigens einen neuen skin der holen kannst ich aber nicht warum denn nicht man schnauze ich komme nicht nach spandau ich gehe dann nach neukölln runden ich habe es noch eine spannung guck auf die karte ich habe nach köln markiert ja würde passen so viele assis oder doch ich bin angekommen wird auch mal zeit wie gefällt es hier ich weiß nicht warum aber man spielt nicht ich habe direkt einen skar bekommen und das nicht nur aus der kiste lucky ja gut wenn man danach gehe ich habe ein blausturmgewehr ich habe noch ein grünes für einen von euch ich auch mit euch kriege ich nur scheiße wenn ich zeit habe gifty bedauere ich dich also nie warum auch doch anja hat eigentlich immer zeit er will nur keine zeit haben ja der kipp kappt sich ja selbst die zeit immer ab ja auch das war eine premium danke ich lasse das grüne sturmgewehr hier also falls das jemand wo ausliebt und war ach so dass die vorst du ein grünes sturmgewehr wer du ich habe ein grünes sturmgewehr also eine grüne salve das war jetzt ein normales falls du willst ok danke dir und ich habe kleine tränke für zum spiel ich habe auch noch ein ich habe auch noch ein ich nehme die von andre ok wollen wir los oder wenn ich möchte erst mal trinken ja die immer saufen natürlich andere hier immer mit hinter dir offenbar andere hier nur mit kann man jemand von euch die aufnahme übernehmen bei mir liegt es die ganze zeit was glaubst du habe ich getan ich habe natürlich mit der aufnahme gedrückt öfter gehen warum gehen wir eigentlich schon durch den fluss wir können erstmal noch zum großen stuhl wir haben noch die zeit und irgendein fernseher hört man ja hat einer von euch hier gebaut nein dann sind wir gegner wie könnt ihr denn wie könnt ihr denn wie könnt ihr denn noch weiter sein als ich wenn ich erst die qualität jetzt gucke die abdehrung wie alle die gerade zuhören wm läuft muss ich wieder gucken england gegen tunesien und ich geht 1 zu 1 knappe sache da leuchtet da leuchtet mich was liebern das schon ist gar was willst du noch so ein jumppad nämlich ja ich habe eine sk wo ist das jumppad? und da 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 ihr da 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 hoch in die decke guckst hier ich trinke aber jetzt über mir danke für die m4 bis können blau stromgewehr bei mir und am kühlschrank gegen zehn verbände was liegt bei dir der blau stromgewehr oder normal normal ok hier springt jemand alles in die luft wir müssen also schon raus und nur da oben die verwende unten beim kühlschrank bei der küche wenn die keiner mitgenommen hat zehn stück ich habe die ich habe gesagt ich habe die mann alter ich fange gleich schon wieder an so für jeden like sind schlag nach der ersten runde kommt eine zweite runde ja aber die zweite runde ist meistens andersherum dann heute scheinbar wird meiner gruppe geschlagen wenn man der nicht zu typisch ist nein doch ich habe die vorrat und sagt wo war die denn schon wieder das macht ja selten mittlerweile ja wie oft haben wir uns schon zu beschwert gar nicht zurzeit ja dann mache ich ja darüber beschwert dass ihr vor rennt und rein rennt und sterbt und mir in die schuld gibt es noch medica die waren das ist einmal ja noch einen großen frank ich habe ja noch zwei welcher stehen oder andere weil ich sehe ich jetzt runter dann ja den großen so noch gibt es noch ein großer trank ich nehme den slurp mit leute das hier ist ein pilz diesen pilz kann man essen und kriegt man fünf schild es gibt einige die danach süchtig sind ich bin ich derjenige der danach süchtig ist denn ich kann jederzeit aufhören genau so lange du voll bist wenn ich keinen habe dann nehme ich mir die pilze siehst du also ich kann sein drogen junkie ja ja hier sind noch mal zwei pilze steve kannst jetzt doch noch den großen krank mit nehmen ja wir sollten laufen auf jeden fall wir müssen was einer klick der möchte hoch bauen aus dem abgelenkt ja unten keiner möchte hoch bauen wir laufen alter dieses gelenk gibt immer nein krieg ich ja verschaffen sorry krieg ich ja wahrscheinlich ein jumpbett deswegen ja haben wir nur zwei andere du bist das größte ne warte du bist der größte vollidiot den ich überhaupt kenne das ist eine ziemliche beleidigung weil ich kenne die leute die du kennst auch da lächelt mich was liederndes an auch so ist nur ein jumppad ich habe nur festgehalten dass du eins hast ich habe nicht stark gefahren ob du eins hast ich glaube er hat eins ja hätte sein können dass du so fast ist war klar drei leute also zwei haben auf jeden fall kein schild mehr steve sneckt jetzt hier er geht hinten raus da seht ihr ein bau krieg aus der nähe ich kriege so schnell ich kann wo das ist alle hat keine ahnung was er tun soll habe ich halte ich erst mal vielen dank auch da fliegt was runter ist ja gut egal aber drei mädchen vielleicht solltest du kipps geben aber mädchen geben mach ich auch hier ist noch ein kleiner trank dann ich habe auch noch so ein kann übrigens alles gut scheiße schlüpsel laufen dann schiffstatt habe ich auch noch ich nehme meine verbände dann einfach ich habe stellt meine wand oben auf eine wand eine wand ja eine wand ja es steht null hast du jetzt völlig gebracht ja wergruder ohne fallschaden natürlich kann ich nicht mehr bauen ja vor uns steht direkt noch eine festung die bekriegen sich andere ist blau oder andere geht in die komplett andere richtung hallo schießt ihr mal bitte ich kann nicht bauen und schießen komm schon ja ich muss mich jetzt schnell heilen naja genau nein er hat es gibt die ja zu spät ich sage gegen das sind bei uns und die rennt alle woanders kann ich war schon die ganze zeit woanders ich habe die ganze zeit rüber gebaut hier hoch über euch alle drei stück ich zeige euch noch und alle wie bei euch in der im haus drin heute hoch hier ist ein ginger natürlich jetzt haben wir alle richtung das ist noch einer im haus drin scheiße aber ich hatte wenigstens die neue waffe und ich konnte unseren zuschauern zeigen dass seine infrarot die zeigt wo die gegner sind und ich habe gerade eben noch ein genock auf der anderen seite ja ich habe auch ein genockt und ein gilt ja ich musste denn zu euch wieder kommen doch mal irgendwo bist ja ich will den chef gesicht auf ohne gelaufen ich sag dazu jetzt mal nichts okay der typ ist doch nicht gestorben sagt aus auf wiedersehen tschüssi leute